Da sind wir wieder, ähm, bei, ja, TNT-Survival-Games, oder so ungefähr. Und, äh, Max, bitte zünde nicht diesmal die TNT-Pyramide an, okay? Ja. Die wird der Sieger anzünden, okay? Okay, äh, Slash-G, ähm, Null. Und, ähm, so. Dann gibst du einfach Go ein. Go! Okay. Warum ist da oben, ach so, mit der Truhe sprengt man das TNT auf, oder? Nee, 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 zum Glück nicht, ne? So. Warte, ich muss meine Render Distance kurz unterstellen, weil die auf Fahr war. Und bei mir hat es gerade ein bisschen geleckt, auf Fahr. Ah! Okay, okay, geh einfach weg, okay? Doch, geh weg! Oh, ich muss sowieso essen. Sonst töte ich dich, okay? Ja, ich muss essen. Okay. Also muss ich sowieso weg. Wo bist du? Sag ich nicht. Bestimmt. Da ist ja Kalina... Kal... ...Kanalisation oder so. Ja, okay, du bist da drin. Bis 100%. Das weißt du nicht, das weißt du nicht. Ich war das nur in welcher Richtung. Ja, siehste? Egal. Ich geh jetzt einfach in eine Richtung. Hm. Er sieht mich wahrscheinlich einfach gerade, er ist hinter mir oder so. Da sieht mein Name. Damit könntest du nicht noch nicht mal so falsch liegen. Ja. Und in den Kisten ist auch manchmal was drin. Warum auch immer da was drin ist, aber... Ja, ja. Hm? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Nein. Okay, du warst hier nicht. Weil hier ist zu. Dann bin ich mir falsch gelaufen. Oder du bist da raus. Ja, ich bin raus. Und, ähm, ich kann dir schon mal ein Tipp geben. Oh, ich hab ne Speed-2-Potion gefunden. Hm, gerne. Ja, in der Kiste. Hm. Schreibe mich auf Sky-Bahn. Auch gut. Okay. Ich muss mal essen. So. Ich kann keine Knöpfe drücken. Aua. Ich find dich aber nicht. Okay. Du bist da hier wahrscheinlich bis so raus. Und dann müsst ihr irgendwo hingelaufen. Ich geb dir einen Tipp. Okay, hier ist Feuer. Wo bist du? Ich geb dir einen Tipp. Also, ich bin, ähm, ähm, äh, Dings. Also, in einem Haus. In einem Hochhaus. Aus welchem Material? Okay, scheiße, die sind alle fast aus dem... Okay, ich seh deinen Namen. Okay. Gut. Du bist da in diesen Steinen in den... Ich komm nach oben hoch. Nein. Oh, ich hab gerade hier doch... Ich werde mit der Falle... Hä, lol, das ist hier kaputt. Normalerweise ist es hier gar nicht. Hier ist es... Im Ernst? Hast du dich hier kaputt, oder? Das warst du. Ja, ich weiß. Wo bist du denn? Hallo. Normalerweise ist hier eine Leiter. Ja, die liegen jetzt da unten, ne? Das ist gerade dein Ernst. Wo liegen die? Oh. Danke, dass du es mir sagst, ne? Das ist sehr nett. Oh, hier stehen noch Kuchen. Kuchen. Lecker, lecker Kuchen. Ganz ehrlich? Das ist ja bestimmt TNT oder so. Oh mein Gott. Wie er cheatet. Warum? Ja, du hast ja nur eine Redstone-Schaltung hin. Lol. Wo bist du? Oh Mann. Okay, ich zeig dir meinen Masterplan. Warte mal. Hä, man kann mit Feuer... Lol. Warum kann man mit Feuerzeugen... Alter, warum ist da TNT? Und warum kann man mit Feuerzeugen... Lol. Ah, nein. Okay, ich zeig dir meinen Masterplan. Hä, du bist im Game Mode. Ja. Also komm mal mit. Also, geh auf den Game Mode, okay? Also, ich hab hier alles vorbereitet. Komm mal mit. Hier, komm mal mit. Ja, ich seh's doch. Du hast hier ne krasse Redstone-Schaltung. Okay, hier. Und das ist Aus- und Ein-Fährt. Komm her. Hier. Hier wäre am Spawn irgendwie... Guck, da hab ich mich hier... Ähm... Hier... Hier hab ich mir einen Gang gekramt zum Haar... Himmst du auch? Was? Ja. Ja, ja. Deswegen. Hier. Hier wäre am Spawn hier. Oh mein Gott. Und komm wieder mit. Kann's doch fliegen. Also... Dann wär ich hier rausgekommen. Oh mein Gott. Dann hab ich hier ne Redstone-Schaltung, dass ich die Leiter zerstören kann. Ja, ich seh's ja. Und hier... Hier hätte ich dann einen Knopf. Und wenn du herkämst, dann könnte ich diesen Pisten ausfahren und der Knopf würde dann für immer verschwinden. So, drück mal den Knopf, dann können wir hier rein. So. Ähm... Dann wäre hier... Guck, Hebe für Leiter. Da. Und hier Knopf für Eingang. Hier, das wäre der Knopfhebe. Guck, jetzt wäre der Knopf da verschwunden. So, hier kann ich nochmal die Tür... öffnen. Und hier... Wo bist du? Hier. Okay. Ähm... Hier könnte... Das hab ich aber noch nicht verkabelt gekriegt. TNT am Spawn. Ähm... Wenn du... Fahr mal MyCard. So. Dann hätte ich hier sogar nochmal ein Pisten, dass der Knopf hier für das MyCard auch verschwindet. So. Zum Beispiel hier oben. Und die... Dass hier der Knopf verschwindet. So. Ähm... Dann gehen wir mal hier durch. Dann wäre hier oben, das ähm... Oh Gott. Und hier oben. Hier oben wäre noch einer. Das ähm... Okay, wir machen die Runde nochmal neu. Nein, nein. Okay, komm mal mit. Dann... Dann wäre hier unten nämlich zu gewesen. Guck, guck, guck. Hier unten ist zu. Dann wäre ich hier hoch. Aber du weißt schon, dass man es mit TNT freisprengen kann? Ja, natürlich. Das wäre halt scheiße jetzt gewesen. Komm, hier hoch. Dann wäre ich hier in dieses Häuschen da hinten geflüchtet. Guck hier hin. Ähm... Hier ins Häuschen. Und hier... Hier runter. Und dann wäre ich abgehauen. Und hier wäre nochmal ein Hebel. Oh mein Gott. Ja, das war alles inszeniert. Das ist einfach nur so auf die Schuhe. Okay, wir machen jetzt immer nur ordentlich. Okay, gut. Äh, aber du darfst das TNT auch anzünden. Ja. Weil du der Gewinner bist. Nee, dann... Kein Bock, Minecraft nochmal zu starten. Okay, gut. Also wir sehen uns dann gleich, ähm... Und diesmal ohne... Dings. Ohne halt cheaten. Und wir sehen uns dann gleich, ähm... Oh, jetzt bin ich bei dir. Okay, wir sehen uns gleich dann... Und, ähm... Ja. Max zündet hier schon alles an. Bis gleich dann. Ciao.